Kianna zieht auch ihren Kondom an. Die hat es am einfachsten rein zu kommen, da passt noch ein zweiter mit rein bei ihr. So, da verlassen wir das, da hätten wir Darts spielen können, sehe ich gerade. Aber es ist erstaunlich, wie das doch wärmt, so eine dünne, aber es hat ja jetzt höchstens 27 Grad, Schätze, 26. Aber schau, wenn du überlegst, du kriegst das Moped ohne zu zahlen und keinen Ausweis, nichts verlangen die. Gut, du kannst nicht wirklich wohin, aber trotzdem könntest ja einfach das hier und dann über die anderen Dinge wieder weg, über den anderen Hafen. Aber das machen halt auch die Winzen. Gut, wir waren jetzt auch schon zweimal da. Ja, genau. Ja, genau. Hört sich an, als wenn sie schön kochen, rodelt. Warum? Keine Ahnung. Ja, vielleicht sind das die, wo sie wissen, die haben sie schon länger, macht ja Sinn. Das sind Lobster da. Da hast du Black Crab, schwarze Krabben. Hier Fisch. La Gau. Angezogen mit den Preisen. Das ist schon Essen wie Gott in Thailand oder Frankreich. Jana, ist dir auch recht? Der hat gerade noch, den haben wir gerade noch angeschaut wahrscheinlich. Jetzt ist er schon. So, schönes Abschlussessen nach Koh Yao. Der Tisch ist leer. Der Tisch ist leer. Wir haben alles gut abgegessen. Außer die frittierten Moorrüben. Der Tisch ist auch leer. Und ein bisschen Reis haben wir noch übrig gelassen. Der Fisch. Ja, den Fisch. Den dürfte die Tani da nicht sehen. Da sagt sie, ihr habt ja den ganzen Fisch übrig gelassen. Die Schrennung. Oh, die Katze. Oh. Es schaut ja aus wie unsere weiße Katze. Oh ja, Goldi. Willst du hier bleiben noch ein bisschen? Sogar besser, als wenn sie es in den Müll schmeißen. Weil das Meer braucht ja den Sand. Da wird ja wieder Sand draus, denke ich mal. Und hier ist es wieder zu fischen. Und hier sind die Austern. Ich hätte eigentlich noch ein paar Austern essen sollen. Schau. Oh, das sind Austern, oder? Ich glaube schon. Also das sind echt sehr lecker hier die Austern. Auch sehr frisch. Ja. Sind das Austern? Wo sind Austern? Na, das sind doch Schwimms. Piana sagt, das sind Austern. Die kennst du gar nicht aus. Und da sind die Sea Grapes. Schau mal her. Ja. Sponiert unseren YouTube-Kanal. Danke. Super. Gib mir 5. Yeah.